Moin Leute, willkommen bei Comic-In und willkommen zum zweiten Teil meiner Nightfall-Reise. Der zweite Teil der Vorbereitung für das Nightfall-Event an sich und wir beschäftigen uns heute mit Ezreal und der ersten Mini von Ezreal, Sword of Ezreal. Hier hat nicht nur er selbst seinen ersten Auftritt, sondern auch der Orden von Saint-Demain, den man vielleicht auch aus der Gotham-Serie kennt und auch sein kleiner Lehrer-Lehrmeister Nomos. Nomos habe ich übrigens nie wieder irgendwo gesehen, aber ich schätze mal, da Ezreal selber noch eine Ongoing hatte, die fast 100 Hefte lang war, ich gehe stark davon aus, dass er da nochmal vorgekommen ist. Aber im Batman-Universum bin ich, glaube ich, nie mehr auf ihn getroffen. Sword of Ezreal ist bei uns in Deutschland mindestens in zwei Veröffentlichungen publiziert worden, denn ganz klassisch einmal Dino-Sonderband Nummer 2, wir kennen das Cover von Sword of Ezreal Nummer 1, großartiges Cover, finde ich super mit Ezreal vorn drauf. Die anderen, naja, die überzeugen mich jetzt nicht so, sind in Ordnung, keine Frage, aber das erste ist schon mit Abstand das geilste und kleines Gimmick bei den Covers ist ein Club-Cover, auf der anderen Seite hat man Batman, aber da die Seiten so dünn sind bei dem USF, macht das nicht wirklich Spaß, dieses Cover überhaupt auszuklappen. Die zweite deutsche Veröffentlichung ist noch relativ jung, Batman Collection von Eagle Moss, Band Nummer 39, das ist dieser Prolog-Band zu Nightfall, also so gesehen dasselbe, wie ich es hier jetzt mache, wunderbar zusammengestellt, aber da ist Sword of Ezreal halt nicht allein drin. Man hat auch noch Vengeance of Bane, also den ersten Auftritt von Bane und ein Batman-Heft, was dann auch mit Ezreal connected drin. Jetzt habe ich mir kurz vor diesem Video Gedanken gemacht, nachdem ich die vier Hefte gelesen habe, wie kann ich das Ganze noch unterfüttern? Weil eine Frage, die eigentlich für mich wichtig ist, wurde so gar nicht beantwortet in diesen vier Heften und das ist, wie ist es eigentlich zu Ezreal gekommen? Ezreal ist eine Tradition, das Kostüm wird immer weitergegeben in der Familie Jean-Paul Valley, sein Vater war Ezreal, sein Vater stirbt, er übernimmt das Kostüm. Grobe Einleitung dieser ganzen Geschichte. Wer war allerdings der erste Ezreal und warum? Wie ist der Orden von Saint-Dumar entstanden? So was fehlt mir alles und da merkt man, das Ganze ist so eine Anfütterung für Ezreal. Man checkt aus, wie kommt der Charakter an in dieser Miniserie, kann man darauf was ausbauen? Ist das vielleicht eine Eintagsfliege? Wir wissen mittlerweile, nein, ist es nicht, auch wenn der Charakter heutzutage nicht mehr so oft genutzt wird oder eher in kleineren Gruppen, wie jetzt zum Beispiel der Justice League Odyssey, die aber auch jetzt eingestampft wird. Und ich dachte mir, hm, da muss es irgendwie mehr geben außerhalb seiner eigenen Ongoing, weil ich hatte jetzt keine Lust, mich für dieses Projekt noch durch 100 Ezreal-Hefte kämpfen zu müssen. Das muss ich wohl aber. Weil mir ist dann ein Heft eingefallen und das ist dieses hier. Ezreal Annual Nummer 1 von seiner Ongoing-Serie mit dem schönen Titel Year One. Jetzt bin ich davon ausgegangen, hier wird der Ursprung Ezraels erzählt, wird er vielleicht auch. Ich meine, ich habe einmal durchgeblättert und mir kam es jetzt so vor, als würde er die Entstehungsgeschichte des Ezreal, also seines Vaters als Ezreal erzählt. Und das ist nicht das, worauf ich hinaus wollte. Kann mich auch irren, ich habe jetzt erstmal die Finger davon gelassen und werde das irgendwann halt mit den anderen Ezreal-Heften zusammenlesen. Falls es einer gelesen hat, könnt ihr mich gerne verbessern und sagen, oh doch, doch, da wird alles an Hintergrund geliefert, weil es ist ein Year One-Heft. Das wäre sehr interessant. Autor ist Dennis O'Neill, wie schon an Batman Venom. Sehr interessant, wusste ich gar nicht mehr, hätte ich so nicht erwartet. Aber man merkt, es ist genauso liebevoll geschrieben, es hat mich wieder total abgeholt. Es ist einer meiner seltenen Re-Reads. Ich habe das Ding vor zehn Jahren gelesen, meine Erinnerung war so gut wie weg. Ich habe es jetzt nochmal gelesen und finde es genauso geil wie damals. Und jetzt ist es wieder frisch. Dennis O'Neill schafft es wirklich mit verschiedenen Mitteln. Es ist ganz anders erzählt als Batman Venom. Unglaublich viel in mir auszulösen, ganz toll. Allein schon das Gefühl, das ich bei mir bereit gemacht habe beim Lesen, ist ein ganz anderes. Wo Batman Venom wie eine 80er-Geschichte daherkommt, merkt man hier schon wirklich, auch anhand der Zeichnung, wir sind absolut in den 90ern. Und diese beiden Hefte trennen nicht so viele Jahre beziehungsweise Monate. Das Ganze hier ist von Oktober 92 bis Januar 93 gelaufen. Und ja, es gibt zum Beispiel übergroße Wummen, wo man so denkt, absolutes 90er-Detail. Aber sehr dezent, es ist nicht so auffällig. Aber man kann es schon einordnen, das will ich damit sagen. Die Zeichnungen sind von Joe Quesada, der auch einen grundsoliden Job macht, hat mich auch vollkommen überzeugt. Teilweise tolles Panel-Layout. Er schafft es, Ezreal toll zu gestalten, toll in Szene zu setzen. Und das hat insgesamt gepasst. Es gab auch so kleine Kniffe wie diese Spielereien, dass man das Heft einmal drehen muss und man dann eine Doppelsplash-Seite hat. Also so hochkant über beide Seiten. Ich glaube, das war in zwei Heften der Fall. Bin ich nicht der größte Fan von, weil es für mich so ein bisschen den Lesefluss durchbricht. Aber auch da die Gestaltung an sich, besonders weil man dann Ezreal teilweise als großes Motiv hatte, als er in die Situation reingekommen ist. Das war schon überzeugend und sah wirklich cool aus. Das wirklich Geniale und was mich absolut fasziniert hat, kommt aber von Autorenseite Dennis O'Neils. ist die Erzählstruktur an sich. Er macht es in jedem Heft gleich. Und jedes Mal hatte ich so ein Gefühl, hier stimmt irgendwas nicht. Wie macht er das denn eigentlich? Es ist immer so, dass man aus der Zukunft heraus über die Vergangenheit etwas erzählt bekommt von einem Charakter, das dann aber ganz flüssig und flutschig überleitet in die Gegenwart. Das ist ganz toll. Wir gehen mit dieser Erzählung aus der Vergangenheit mit über in die Gegenwart und sehen dann diese erzählende Person. Also aus einem inneren Monolog, der über die letzten vergangenen Stunden referiert, über die letzten Ereignisse, welche jetzt nicht nur irgendwie Zusammenfassung sind aus dem letzten Heft, das ist nämlich eine große Gefahr dabei, keineswegs ist es nicht, gehen wir immer flüssig, flutschig über in ein Mais-Dialog. Dabei auch über die verschiedensten Charaktere, die diese erstinneren Monologe über die Vergangenheit führen. Es ist einmal Batman, da hat man Jean-Paul Valley, man hat auch den Schurken Carlton Lea und sogar Alfred, der sowas benutzt. Also jeder Charakter hat hier einmal eigentlich diesen Moment und es fühlt sich jedes Mal gleich gut an. Es wird auch sehr dynamisch dadurch erzählt, dass man diese Geschichte mit drei Parteien beschreitet. Einmal Bruce Wayne, Batman zusammen mit Alfred, die ein gutes Detektiv-Team sind. Es ist ähnlich wie in Batman Venom, dass sie hier zu zweit auftreten, anstatt nur Batman alleine. Es sind sehr humorvolle Unterhaltungen, teilweise natürlich, es ist auch größtenteils ernst durch Batman, aber man merkt schon, da kann jemand schreiben und das ist wirklich sehr entspannt zu lesen, auch ganz toll. Hat einige Geschmunzler-Momente mit den beiden, super gemacht. Dann hat man auf der anderen Seite Nomos und Jean-Paul Valley, die auch ein Duo sind. Das Verhältnis ist natürlich ein bisschen anders, die beiden haben sich eben erst kennengelernt, das merkt man. Nomos ist sehr strikt, sehr streng und Jean-Paul Valley ist nicht das, was Nomos in einem S-Rail sieht. Und das Ganze wird halt extremer über die vier Hefte hinweg und endet dann in Heft 4 mit der Charakterbildung von Jean-Paul Valley, Israel an sich. Das Ganze ist aber eine Entwicklung, auch sehr schön gestaltet, kommen wir gleich noch zu. Und als drittes haben wir dann Carlton Lea, einen Kriminellen. Ich weiß gar nicht, wie ich ihn beschreiben soll. Es ist schwer zu beschreiben. Er ist ein Abtrünniger, ein Betrüger des Ensemble, der Gelder daraus gezogen hat. Und jetzt macht er gemeinsame Sache mit dem größten Erz von Saint-Dumas, dem Damon Biss, beziehungsweise lässt sich von ihm einnehmen und gerät deswegen auch in so eine monströse Gestalt. Ja, man wird wahrscheinlich auch nie wieder von ihm gehört haben. Ich habe vorher nie von ihm gehört, ich habe danach nie von ihm gehört. Und trotzdem hat er für mich irgendwie in diese Geschichte gepasst. So vom Äußeren ist er eher so Tombstone von Spider-Man, der Gegner. Also ich würde ihn hier schon als Abklatsch betiteln. Ich denke mal, Tombstone ist ein bisschen älter. Ja, aber das Erscheinungsbild ist fast 1 zu 1, außer dass er halt so eine Narbe am Auge hat und ihm das Augenlicht auf einem Auge fehlt. Ja, war halt wirklich ein 90er-Schurke in dem Fall. Aber für diese Geschichte unterstützen total in Ordnung. Man wechselt halt immer wieder zwischen diesen drei Parteien. Und das Interessante am ersten Heft fand ich, dass Batman gar keinen Bezug zu weder Lea noch Ezreal oder Nomos hat. Man bekommt erstmal die Origin von Ezreal an sich erzählt, was so abgeht im Orden. So ein bisschen oberflächlich halt, wie gesagt, da wünsche ich mir noch ein bisschen was in der Ongoing von Ezreal, von Jean-Paul Valley. Und auf der anderen Seite sieht man, wie er in Verbindung steht zu Lea, der den Orden halt hintergangen hat. Batman hingegen bekommt von der Sache Wind. Und da geht das ganze Detektivspiel los. Und er versucht, die beiden Parteien aufzuspüren. Er hat mitbekommen, dass ein Engel vom Himmel gefallen ist, so wird es beschrieben in einer Parade und dort Menschen getötet hat. Oder Menschen diesem Ereignis zum Opfer gefallen sind. Sagen wir mal so, Ezreal ist unkontrolliert teilweise, wenn er die Maske aufzieht. Wenn Jean-Paul Valley die Maske aufzieht. Er kennt seinen Namen nicht mal, wenn er diese Maske aufhat. Ganz interessant, was dieses Kostüm mit ihm anstellt im ersten Moment. Das wechselt dann halt. Und Batman ist total raus. Wir verfolgen ihn, nur wie er die anderen beiden Parteien verfolgt. Bis Mitte des zweiten Hälftes. Und dann trifft er auf diese Parteien. Diese Parteien kennen ihn aber auch nicht. Und wissen nicht, was sie von ihm halten sollen. Carlton Lea ist es relativ schnell klar, dass auch das ein Feind ist. Für ihn ist wahrscheinlich die ganze Welt ein Feind. Aber auch Ezreal sieht ihn erst als Dämon an. Und Dämonen sind halt etwas Verfeindetes vom Orden Saint-Demars. Was Batman natürlich in eine schwierige Position bringt. Ich habe auch schon angesprochen, dass Jean-Paul Valley nicht so einfältig ist. In dem Sinne, wie vielleicht seine Vorgänge. Seine Väter und Urgroßväter. Die halt blindwegs dem Orden Saint-Demars gedient haben. Nein, Jean-Paul Valley hat einen eigenen Charakter. Der innerhalb dieser Geschichte hier geschärft wird. Und es macht Spaß, das mit anzusehen. Es gibt einen ganz kritischen Augenblick. Wo man sich dann auch so fragt. Schwierig. Er baut ein ziemlich großes Vertrauensverhältnis zu Alfred auf. Das ist ganz wichtig für diese Geschichte. Und das wird erschüttert, indem er in, ich glaube Heft 3 war das, Anfang Heft 3, auf der Suche nach Lea, der die Mitglieder des Orden Saint-Demars töten will, das Kostüm überstreift und Leibwachen eines dieser Mitglieder einfach abmetzelt. Die allerdings nur das Grundstück bzw. dieses Mitglied des Ordens beschützen wollen. Und die macht der ISK platt und Alfred sieht alles mit an. Das fand ich ein bisschen komisch, weil Alfred da nicht so krass negativ gegenstellt. Ich hätte jetzt erwartet, dass er sagt, sowas kann niemals mit uns zusammenarbeiten. Ich hau jetzt hier sofort ab. Aber so war das nicht. Er steckt auch Vertrauen in diesen Jungen. Da scheint es irgendeine ganz besondere Verbindung zu geben. Oder es war einfach nur ein bisschen halbgar geschrieben. Ich weiß es nicht. Für mich kam allerdings Ersteres rüber, dass Alfred wirklich was in diesem Jungen sieht. Und es ist ja dann auch so, dass das immer der große Streitpunkt ist von Batman, Ezreal. Dass es heißt, okay, ich hätte dich gern im Team. Aber deine Art und Weise, ähnlich wie bei Huntress, gefällt mir gar nicht. Das schmeckt mir nicht. Ein Batman tötet nicht. Und genauso ist es bei Batmans Zögling. Auch die töten nicht. Und das tust du. Und deswegen kick ich dich. Nicht nur einmal passiert. Aber das ist immer der große Streitpunkt. Und hier gehört das aber zu seiner Charakterbildung absolut hinzu. Das ist der Moment, wo er seinen Namen auch nicht kennt. Und dann später das letzte Panel auf der letzten Seite. Das ist dann entscheidend. Er sagt seinen Namen, wer er ist. Und da merkt man, ja, du weißt jetzt, wo du stehst, wer du bist, wer du in diesem Kostüm bist. Und dieser reife Prozess, auch wenn es ein bisschen schnell war, ist an dieser Stelle erstmal abgeschlossen. Und er ist gut abgeschlossen. Wenn ihr Cover 1 und 2 betrachtet, seht ihr auch, man hat es hier mit verschiedenen Ezreal-Kostümen zu tun. Heft 1 ist da ein bisschen trügerisch vom Cover her. Denn dieses Kostüm, dieses ikonische Ezreal-Kostüm, das eigentlich erste, so wie wir ihn kennen. Das ist gar nicht das erste, es ist das zweite. Und er streift es auch erst in Heft 2 an. Deswegen weiß man hier noch gar nicht, hä, was ist das denn? Im ersten hat er halt dieses etwas klassischere, an einen Ritter des Kreuzzuges erinnernden Kostüm mit einem brennenden Schwert. Es sind nicht diese Spitzen, die so brennen, die aus seinem Kostüm aus den Ärmeln so rauskommen, aus den Handgelenken. Es ist ein normales brennendes Schwert, was er aber zurücklässt. Und dann ergibt Nomos ihm dieses neue Kostüm. Und das ist richtig geil. Und hält dann auch bis Heft 50 seine eigenen Heftserie an. Das ist nämlich dann im Niemandsland. Und da wechselt er nochmal das Kostüm. Was in der deutschen Veröffentlichung auch ein bisschen verwirrend war. Denn da wurde dieses Heft 50 erstmal, bevor Panini alles gereprintet hat, bei Dino nicht abgedruckt. Aber da plötzlich ein neues Kostüm gab. Und alle dachten, hä? Wo kommt das denn jetzt her? Nee, aber hier sieht man schon, es gab auch noch ein Kostüm davor. Und dieses, wie wir es so kennen, ist nicht das erste. Was ich auch sehr schön fand, war diese Entwicklung von Carlton Lea zu dem Dämon Biss. Was ihn auch optisch verändert. Er hat dann auch so eine Kutte in Helmen mit Hörnern und so. Batman sieht ihn sogar einmal richtig als Dämon, weil Batman wieder unter Drogen gesetzt wird. Das hat es irgendwie gerade so im Nightfall-Vorspiel. Irgendwie hat er immer mit Drogen zu tun. Und da kommt er nicht wirklich klar, sieht dann den Dämon im Kampf vor sich. Aber was ich sagen wollte ist, in dem Moment, wo Jean-Paul Véli sein Kostüm wechselt, findet zeitgleich diese Verwandlung von Carlton Lea in diesen Dämon statt. Also hier hat man auf beiden Seiten genau die entgegengesetzte Verwandlung eigentlich. Wann ich auch einen schönen Kniff. Der Abschluss, wie gesagt, dient dann nur noch der Definition seines Selbstbildes, seiner Selbstdarstellung. Wer bin ich als Ezreal und wie will ich Jean-Paul Véli als Ezreal handeln? Wie stehe ich zum Orden an sich? Ich bin nie freiwillig eingetreten, aber das ist jetzt meine Erfüllung und meine Bestimmung. Und wie gehe ich damit um? Und das ist der große Sinn dieser Serie, dass wir mitbekommen, wie steht dieser Junge, der da eben reingerutscht ist, zu der Aufgabe, die ihm dieser Orden eigentlich sehr strikt vorschreibt. Ezreal schützt keine Leute, wird immer wieder vorgegeben von Domas, weil Jean-Paul Véli halt gegensätzlich zu dieser Vorgabe handelt. Und Ezreal ist ein Racheengel, der Sünde sühnen soll, auf seine Art und Weise. Und die ist halt brutal und mörderisch größtenteils. Aber Jean-Paul Véli ist nicht komplett so durchzogen, auch wenn das Kostüm es mit ihm teilweise hier macht. Also Dennis O'Neill wirklich, er hat jetzt hier zwei Minis hingeklatscht, die ich wirklich richtig, richtig gut fand. Auch mit dem hier, mit Sword of Ezreal hatte ich unglaublich viel Spaß, hat mir sehr viel Laune gemacht. Ich freue mich auf das nächste Vorspiel zu Nightfall für mich und es kann kaum besser werden. Es macht einfach riesigen Spaß. Auch hier muss ich euch allen sagen, wenn ihr es noch nicht habt, dann kauft es euch in der Dino-Variante oder halt in dem tollen Prolog-Band jetzt von der Eagle Moss Collection. Da macht man nichts falsch. Es macht einfach Spaß und es ist nicht sonderlich teuer auf dem Gebrauchtmarkt. Also schlagt zu, damit macht man nichts falsch. Danke nochmal an Dennis O'Neill für jetzt schon zwei tolle Geschichten. Comic-Innes raus, bis denn.